Ich bin Katrin, 26 Jahre alt und studiere Maschinenbau an der TU in Wien. Und bevor ich wirklich zu arbeiten beginne, habe ich mir gedacht, ich möchte noch mal verreisen und das am besten in Kombination mit Volunteering, also einem freiwilligen Projekt. Also meine Entscheidung hier nach Thailand zu kommen war recht einfach. Ich wollte einen freiwilligen Dienst machen, der gleichzeitig etwas bewirkt und einen Unterschied macht, aber mir auch die Möglichkeit gibt, das Land zu sehen, zum Reisen, die Kultur und die Menschen kennenzulernen. Die Stadt hier selbst im Norden von Thailand ist eine Stadt abseits vom Tourismus. Das heißt, hier sind kaum Ausländer und deshalb geht auch kaum Englisch. Das ist aber kein Problem. Wir wollen das hier an unserer Schule ändern. Die Schule selbst ist eine Privatschule mit ungefähr 30 Schülern pro Klasse und die Thai-Englischlehrer sprechen leider selbst mehr thailändisch als Englisch und unterrichten hauptführende Grammatik auf Thai. Und zusätzlich gibt es in Thailand natürlich eine andere Stiftart als auf Englisch. Deshalb haben es Schüler manchmal schwierig, in Englisch zu leben. Deshalb sind wir hier. Wir starten mit den kleinsten Kindern im Kindergartenalter zwischen drei und sechs und starten mit spielerischer Kommunikation und erarbeiten gemeinsam die ersten Schritte in Englisch. Mit den höheren Klassen haben wir die Möglichkeit, mit Special Needs Children gemeinsam sie wieder auf das Level zu bringen, das der Rest der Klasse hat, damit sie auch dem Unterricht folgen können, da 30 Schüler in einer Klasse etwas viel sind. Ja, für mich ist Englisch eigentlich sehr wichtig, da man durch Englisch Kommunikation lernt, man lernt neue Kulturen kennen und dadurch haben auch wir hier als Volunteers einen sehr wichtigen Beitrag. Die Kinder können ihren Horizont erarbeiten, neue Kulturen, neue Menschen kennenlernen. Und nur durch uns ist es hier möglich, dass wir den Kindern ermöglichen, Englisch zu lernen und besser weiterzulernen. Ja, ansonsten bin ich hier im Volunteer Room mit super viel Material, das wir verwenden können, um den Kindern weiterzulernen. Danke! Ciao! Hallo! Ich bin hier bei den Kindern vom Kindergarten ein. Das sind drei Jahre alt. Und wir spielen am ersten Halbjörner und im zweiten Halbjörner starten hier mit dem Unterricht in Englisch und in Chinesisch. Und im Moment zu gehen, man macht ja noch spielerisch die Englisch. Man sieht auch die Glänze noch sehr gut aus hier. Okay. All together. Together. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Wir sind heute beim Siriki Damm, bei einem Tagesausflug. Wir haben gerade eine schöne Tour über diesen vollen Damm gemacht und sind gerade zurückgekommen. Man kann hier essen und eine Tour machen und trinken und die Zeit genießen und ist innerhalb von einer halben Stunde wieder zurück. Danke! Ciao! Wir sind heute beim Nachmittag. kann man hier auch ganz einfach schwippern gehen. Hallo! Wir sind hier beim La Plée Wasserfall mit drei heftigem Volentieren und einem chinesischem Volentier. Das wird heute ein Fadenabflug. Wir sind jetzt innerhalb von einer halben Stunde hier und werden gleich diesen tollen Wasserfall hinauswandern. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, ob wir jetzt hier auch schaffen. Danke! Hallo! Das ist Tremport unserer kleinen Wanderung durch den Wasserfall. Und danach gehen wir durch den Schlumpel. Hallo! Wir sind gerade fertig mit unserem Wasserfall-Trip und erfrischen uns hier in dem Restaurant mitten im Fluss. Hier sind noch ein paar Volonteers von Weltsicht und ein chinesischer Volontier. Ich habe einen super tollen Papaya-Salat, Namtang genannt, bekommen. Und freue mich schon sehr darauf hin zu essen. Ciao! Hallo! Hallo! Wir sind hier in der Kettbewerse, in einer Bar mit Leidgesang. Und wir genießen gerade unseren Freitag noch und hier alle gemeinsam ein. Hallo! Hier ist die Unterkunft für die Weltsicht-Volonteers. Wir stehen direkt davor. Hier ist genug Platz. Du bist meistens zu zweit in einem Zimmer. Und ihr habt gemeinsam ein Badezimmer. Und hier ist natürlich auch Platz der Fahrräder und Motorräder. Und hier aus kommen wir überall hin. Ciao! Ciao! Wir sind hier im Spiele-Coffee, Cave-Town. Und wir haben gerne mit dem Haligani angefangen und genießen unsere Thai-Teas und unseren Arm im Trocken an diesem Fall. Ciao! Ciao! Ciao!